. So, nach einer kurzen Pause sind wir zurück. Zurück. Zurück aus der Werbung. Ja. Wir sitzen hier wie in einer Talkshow auf der Couch, so ganz lässig. Ja. Das ist mein Controller. Ja, ich weiß. MVP, das passt doch mal an. HCS Pro. Ist das nicht? Ja, ich hab den Zweck. Hier ist ein goldenes VR, hier sind viele VRs. Hier ist ein Zweck auf. Und ein Wandhof. Hast du nicht dieses classic Ding da? Schade dich. Hier ist ein Legendär-Player. Die ganze Ghost. Die Ghost. Die Ghost. Die Ghost. Warum? Du fängst nicht mit dem Ghost. Ich weiß. Und das für Elitik. Okay. Los. Auf geht's. Auf geht's. Unendlichen Weiten. Noch mal BTB. Natürlich. Aber nicht noch mal kleiner. Nee. Warum? Ich weiß nicht. Epic Battles. Ja, aber bei den Kleinen sind wir halt so das ganze Team schon fast. Ja, genau. Wo wir dann das ganze Team schon fast sind und dann ins Pause-Menü gehen und wir verlieren. Weil irgendwas wieder ist. Und hier sind wir ein Warthog oder ein Irgendwas-Einsatz-Gott. Ja? Das den Tag rettet. So die Avengers des Teams quasi. Oder wie auch immer. Zudem braucht es dir Leute länger zu suchen. Kommst du mir so vor. Finde ich nicht. Jetzt scheint es wieder am letzten Spiel ab. She make me human. Warte. Fees the burn. Fees the burn. Fees the burn. Wie viele ihren Dingen-Technik tauschen. Was? Niemand schreibt was rein. Wo rein? Überall steht you to see. Ja. Woher? Ja, sind wir auch alles nur im Seasonal. Bei mir steht Übermars. Wir müssen ein Swag-Tag reinschalten. Swag-Tag. Swag-Tag. Nein. Sarah Palmer Fanboy. Was? Du kannst dir ja einen Avatar machen. Sarah Palmer als Avatar. Aber dann musst du U-Stimmte leveln in Hegel 4. Oder Sarah Palmer Porn. Oh Gott. Was zur Hölle? Das ist so richtig Geek-Träume. Oh Sarah Palmer. They need me Sarah Palmer Porn. They're just Sarah Plorn. Sarah Porn. Sarah Porn. Sarah Porn. Sarah Porn. Sarah Porn. Ganggu CTF. Das will ich damit verschwinden. Das ist richtig nice. Was? Was ist denn das? Das ist CTF mit Ganggu. Das ist keine Ahnung. Bitte nicht stand off. iPhone ist noch übrig. Und er wollte mich für Egel 3. Ja. Obwohl ich auch gerne Dead Island gespielt hätte. Das wäre das erste Mal, dass... Nee. Death Island. Elite Robin. 4-5-6. Jumper Stomper. Oh Gott. Diese Felsen im Hintergrund. Diese Matschfelsen. Oh ja, Mann. Scheiße. Oh Gott. Okay, los geht's. Die Kamala gekommen. Die Kamala. Die Kamala. Das sieht bestimmt ganz lustig aus. Oh. I'm nearly there. I'm under attack. Ah, wie Tua. Da will Bank direkt am... Oh Gott. I have the flag on my tail. Protect me. I'm on my way. Wie so eine Antenne. Sie haben unsere Flagge... Oh. Oh. Oh, hol nicht. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ah, sie holen nicht. Nein, sie haben es geschafft. Die Flagge liegt da direkt am. Ja, sie haben es zusammen. Oh, fuck it. Lol. Seriously? Hmm. Kill them, kill you. Dieser Spawn da oben ist so scheiße. Hilfe. Die letzte Flagge. Und ich spawne hier rein. Ah. 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 Nein. Ah. Wait. Oh, fährst du mir rein? Ja, ist tot. Ja, nein. Ford Escort. Ford Fiesta. Wow. Ah. Ich bin echt gut. Ja, wir haben gescored. Ja, wir haben gescored. Ja, wir haben gescored. Fuck gescored. Wow, warum blitzt das hier so? Weil irgendwer hat diese Weltzeit hier. Komm, Leute. Was? Lustig ist, dass wir es hier schaffen, die ehemaligen Medaillen mit einem richtigen... Ja, aber das, weil Halo 2 sie anders anzeigt. Oh. Oh. Das wird gekonnt. Oh. 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 Ah. 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 Mein Gang muss auf. Ein. Ein, ein. Ein. Wie kann sie nicht schnell genug reden? Wie geil. Es ist schon ein lustiger Spiel, wo das muss man sagen. Ja, aber... Reck. Ja, ich war nämlich Reinkrash. Man muss sie killen. Kill their carrier. Ich bin reckend. Wo ist der denn? Was steht da denn? Was steht da denn? Was steht da denn dann? Was steht da denn dann? Das wird ja so sneaky, sneaky, sneaky. Sneaky, sneaky rein. Nein. Wo haben ihre Flagge? Boah. Gerade so gestoppt. Aber ich glaube, wir haben auch ihre Flagge. Ich glaube, der kann da trotzdem kommen. Wie können die denn schon wieder unsere Flagge haben? Weil die da einen sitzen haben. Ja, aber was ist denn unser Team? Woanders? Ja, aber... Wer ist zwischen den Felsen? Habt die Flagge von Ihnen? Okay, ich will sie zerkäulen. K. Boah. Ich bin unterbeschuss. Weiß nicht, wo du bist. Fort Escort. Dann kam es dir. Fort Escort. Schwing. Set's the point. Set's the point. Set's the point. Set's the point. Yes. Cause we always deliver. Ja, das ist 5, glaube ich. Dann kommt einer auf unsere Waste zu. Auf mich anzuschließen, bitte. Well. Wir sind alle hochgegangen. Well. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Hot Potato mit diesen Dingen. Dann explodieren sie einfach so. Okay, okay, okay. Auf der. Die beiden Geschirfte sich ja lohnen, irgendwann von seinem Gangbus abzusteigen, um dann in Neues, in einem Neuen gespornen zu werden. Ja. Und dann versuchst du dich doch zu verteidigen. Ja, wenn du die krassen Screes aufbauen willst, ist das natürlich eine Supersache. Krassen Screes. Erstmal den Pilch und so. Ah, Hilfe. Ah, Hilfe. Am Wagen. Ah, hier. Ah, hier. Oh, fuck it. Genau. Ah, wo ist die Flagge? Wo bin ich? Ah. Was ist passiert? Wieso bin ich denn? Wieso? Was ist das? Da kommt der erst grad. Ach nein, doch. Auf sie. Ich bin voll. Scheiße, sie haben nicht schlecht. Ich bin direkt hinter ihm. Ah, ich sterbe. Nein, der spornst dir einfach Neues. Na, klar. Hallo. Du verlierst ja auch die Flagge, wenn du aufsteigst. Ja, das ist so. Ich bin der Carrier. Boah, das sind so viele Flaggensymbolen. Was geht hier vor? Ich hab keine Ahnung mehr. Hol den, hol den. Setz ihn zurück. Tötet ihn. Er wird es schaffen. Nein. Doch. Ja, es ist nicht scharf. Ah, es sind so viele. Ja. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, wie ich bin. Ich weiß nicht, wie ich bin. Oh, mein Name ist Brent. Brent. Mein Name ist Brent. Hilfe. Es ist wie die Branden des Runders. Schmerz. ��비. Boah. Kamba. Hey, I will get it! I will get it! Wo sind denn alle? Überall. Wo sind denn alle? Töne über! Ja, es ist 5 zu 1! Wo sind denn alle? Überall. 5 zu 1. Das ist wirklich ziemlich lustig, muss ich sagen, aber da sind auch alle gequittet. Wie sinnlos. Ach ja. Was ist denn mit den Typen los? Warum sind die so scheiße? Diese Community. Ich hoffe, dass mit den Penalties ist da so ein bisschen. In Warzone ist es ja sowieso egal. Und in der Arena, haben sie da was gesagt? Wieso ist es in Warzone egal? Da gibt es John in Progress. Ach so. Soweit ich weiß. Ja, ich glaube schon. Ist auch nicht schlimm. Können wir auch gut machen. Da hat einer 13 Kills. Wie viele Kills hat man gewonnen? 7. Wundens auf Sprag Cards, Destroys auf Arena Multiplayer. Sit down, son. Sit down, son. Ich sage Gardi. Sagt etwa jemand was anderes? Nein. Nö. Weil in den Screenshots so viele Sachen sind, die mir bekannt vorkommen. Und wie hieß es? Attack on Stormbreak oder was? Irgendwas mit Stormbreak. Stormbreak, Breakpoint, das ist irgendwie... Ich kenne mich schon. Und das ist der Arbeiter. Das war ein Elite. Es war ein Arbeiter, glaube ich. Ich glaube, es war der Arbeiter. Hallo. Nicht jeder Arbeiter, der Arbeiter. Wovon redet ihr überhaupt? Über den Background. Da war eine Elite, die hat in die Kamera gekäucht. Oh! 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 Hast du das als Fireman-Move oder was? Ja. Nein, ich soll mich denn direkt. Keine Ahnung. Nehmt einer sich den Zeitpunkt. Jetzt sei halt. I have the hammer. Ich glaube, Cain, wo sind sie? Arthur ist Cain. Das ist einer top. Schön. Oh Gott. Wie? Wie kann der Team-Ate diesen Gegner ignorieren? Hass, Hass. Das hieß so an Wolfenstein. Max Hass. Max Hass. Max Hass. Und jetzt haben sie den Sniper. Oh Gott, ich bin drei Leute. Okay, ich verstehe. Wollen mit. Okay. Schau. Ich bin jetzt der Grund für. Schau. Schau. Das ist gleich viel zu tun. Schau. Schau. Kommt einer vom Catwalk. Schau. Oh Gott, der niemand will so sagen. Schau. 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 Hilfe, ich muss hier weg. Was ist gar nicht so ein Schatz? Hammer liegt um mein Ex. Danke, super. I need to take the hammer. I need to take control. No, don't. Nein, er hebt den Hammer halt nicht auf, sondern die SMG. Wie nutzlos. Ah, scheiß R-Spaß. Scheiß R-Spaß. Ah, R-Spaß. Gott, bei mir sammeln sich Leute. Da hat jemand einen Ball mit inspaßt und macht so komische Quetschgeräusche. So eine Kröte. Oh, da kommen jetzt ganz viele. Oh mein Gott, ja, genau. Oh mein Gott. What plays, son? Du hast den größten Bildschirm, bist trotzdem aber schlechter als wir beide. Das geht hier los, aber. Ja, bei mir hat jemand das verschwitzt hier. Achso. Ich bin gerade dabei, das zu verschwitzen. Oh Gott. Oh, ich weiß es. Nein, das geht doch nicht mehr. Wir stürmen. Oh Gott, da ist ja direkt jemand. Hilfe, wo ist denn? Oh Gott. Ja, ich habe gar nicht. Was ist zur Hölle? Alter, wie meine Rektorhöhle überall gegenfetzt. Alles kaputt auf einmal. Das eine S3 ist jetzt Top Mid. Ja, du wirft hier schon Granaten, oder? Noch mehr Top 2. So, drei Leute Top Mid. Oh Gott, zu viele Granaten. Was noch mehr Top Mid. S2. S3. Alle S. Einer ist 1 für S2. Der mit dem EVA-Hand. Scheiße, die haben ja Overshield. Hat aber gut was gefressen. Jetzt gibt es nicht mehr so viel. Oh fuck. Okay, aber wo steht das dran? Wo kommen die ganzen Granaten her? Einer ist Top Mid. Nein, er holt mich noch. Oh, nicht fail den Scham, weil ich mit dem Teammate gelaufen bin. Schlag ihn! Oh Gott. Oh, gut gemacht Teammate. Ich war das. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass du es merkst, weil du auch schon Oh mein Gott gesagt hast, dich dann aber nicht mehr röst. Und alle hier rüber mir PR. Okay, ich sehe keinen. Einer geht Blue. Letztend sind wir ein paar unten. Mann, ich hatte fast Amok. Hass. Hass. Einer leckt irgendwie rum. Oh, voll die Teammate. Fuck. Einer Top Mid, glaube ich. Mhm. Sweep. Sweep. Runter zu Gold. Noch einer. Habe ich? Nice. Bottom Mid. Bottom Mid ist falsch. Oh, der kriegt mich noch um die Ecke. Das ist der Spiel auf halb. S. Top Mid. Bottom S. Das ist One-Shot Bottom S. Wahrscheinlich. S2 ist hier, glaube ich, noch irgendwas. Oder S3 dann ist wahrscheinlich. Top Gold. Und. Und White Blue. Einer Bottom Mid jetzt mal schon. Der ist jetzt der Blue runter oder der Gold? Oh, Bottom. Viele. Bottom viele. Oh, scheiße. Top Top Gold. Hilf mir. Pass auf, Nate. Was? Was? Noi. Wie er fünfte Leiche entgegen fliegt. Nein. Top S. Warte mit. Nee. Wie soll er denn an? Warte mit. Lol. Kann nicht durch Glas sehen, der Mann. S. Was wollen bei S? Auf mit. Okay. Drei Stück. Nein, rein. Oh, fuck. Ich bin nicht aufgeschaltet. Oh, fast. Okay. Very nice. Wir fahren, guys. Wir fahren. Dieser Fischtelmister. Tuxel leadership. Glück. Ich glaube, die Kamera ist wieder ausgegangen. Yes. Wir haben noch ein Backup. Genau. Ich will mal outpointen. Das ist so moiz outen. Okay. Ich glaube. Let's banden. Ja. Weiterspiel. Hat mich sehr gefreut, Freunde. Ja. Aber wir haben hier other stuff to do. Ja. Ist das so. Yes. So. See you later, alligator. Oh. Oh. Ah. Ach. Das war's für heute.